So, meine Lieben, morgen ist es soweit und ich fahre nach Brutting bei Rosenheim zu Ingo, der in den letzten Monaten meinen Wanderwagen gehütet hat. In den letzten Monaten sind ja auch viele neue Menschen online und offline in mein Leben getreten oder eben auch mit Trees of Memory in Kontakt gekommen, weshalb ich jetzt auch die Gelegenheit nutzen möchte, kurz zu erklären, was ich eigentlich tue, was der Verein tut, wie wir beide eigentlich auch zusammenhängen und uns gegenseitig bedingen und all diese Geschichten. Also, mein Name ist Mario Dieringer und seit März 2018 laufe ich durch Deutschland als erste Etappe auf meinem Weg um die Welt und ich pflanze räumende Erinnerungen für Suizidopfer. Die Route, die ich laufe, wird unter anderem von den Orten bestimmt, an denen ein Tree of Memory. Entstanden ist dieses Projekt nach dem Suizid meines Partners an Ostern 2016 und meinem eigenen Suizidversuch im Dezember 2014, den ich nur durch Reanimation überlebt habe. Trees of Memory soll nicht nur ein lebendiges Andenken an die Verstorbenen schaffen, sondern richtet sich auch an die Gesellschaft, damit die Tabuisierung und das Unwissen rund um Suizidalität und Depression abgebaut werden kann. Ich trete auch dafür ein, dass hinterbliebene Mütter, Väter, Kinder, Partnerinnen oder Partner nicht mehr als Schuldige gebrannt magt werden. Diese Menschen sind nämlich ebenfalls Opfer eines Suizides, den niemand zu verantworten hat. Der Suizid ist das letzte Symptom diverser psychischer Erkrankungen, wenn diese einfach nicht rechtzeitig erkannt werden und behandelt werden. Und mit Trees of Memory will ich aber auch all denjenigen Mut machen, die depressiv und suizidal sind. Ich will sie dazu ermutigen, ihr eigenes Leben zu lieben und ihre Träume zu realisieren und daran zu glauben, dass auch das Unmögliche wahrgemacht werden kann. Und ich trete auch dafür ein, dass die persönliche Veränderung des Lebens und der Abschaffung dessen, was einen belastet und krank macht und unglücklich macht, nicht immer ausreicht und therapeutische Hilfe und medizinische Unterstützung ebenso zwingend notwendig sein kann. Ich war insgesamt fünf Jahre in Therapie, sechs Monate davon stationär und bis Ende 2017 habe ich noch jede Menge Antidepressiva genommen. Das ist mittlerweile alles Geschichte. Ich konnte meine Medikamente absetzen und benötige auch keine Therapien mehr. Ich nehme nur noch ein einziges Medikament und von ehemals 45 Milligramm nehme ich tatsächlich nur noch 7,5 Milligramm des Wirkstoffes und das alles ohne negative Nebenwirkungen oder irgendwelche Suchtanzeichen oder sowas. Wenn jemand an Krebs erkrankt, werden wir freiwillig und oftmals chancenlos die stärksten Gifte in den Körper pumpen. Hinterfragen tun wir das oft nicht. Wenn es aber um psychische Erkrankungen geht, glauben Betroffene, sie wären Versuchskaninchen und würden abhängig gemacht. Fehlt dir Jod oder B12 im Körper, führst du es dir zu. Aber die Regulierung von Botenstoffen im Gehirn scheint für manche Teufelszeug zu sein und sie diskutieren auf Leben und Tod. Ich lebe, ich bin gesund, ich laufe um die Welt und ich habe ein Leben zurück, das ich um kein Geld der Welt mehr eintauschen möchte. Wenn ich es geschafft habe, so weit zu kommen, dann gibt es da draußen noch ein paar Menschen mehr, die das auch schaffen können. Wo einer ist, da ist auch ein Zweiter. Das ist ein Weltgesetz. Diesen Menschen gilt es zu finden. Und deshalb mache ich auch Trees of Memory. Deshalb erzähle ich meine Geschichte hier oder in meinem Buch Psychisch Erkältet. Und aus diesem Grund habe ich öffentlich auch mein Leben auf Null sozusagen zurückgefahren. Dieses gigantische Projekt aus dem Nichts und aus einer bloßen Mission heraus aufgebaut. Und beweise jetzt dann im vierten Jahr jeden Tag die Hoffnung und das Licht des Lebens ist die ganze Zeit da. Doch manchmal muss man eben relativ lange in der Dunkelheit danach suchen, bis man sie wiederfindet. Aber schaut einfach her, was eigentlich alles möglich ist. Ich bin selbst überrascht manchmal. Ich habe damit nicht nur ein vollkommen neues Leben aufgebaut, sondern Trees of Memory hat Menschen in Deutschland und überall auf der Welt mobilisiert und auch inspiriert. Immer wieder ist man bereits 2017 an mich herangetreten und hat nachgefragt, ob man dieses Projekt irgendwie unterstützen kann. Aus diesem Grund habe ich auch irgendwann mal den Verein Trees of Memory initiiert und all die Menschen zusammengeführt. Die Interesse hatten etwas zu tun. Und diese Leute haben dann im November 2017 den gemeinnützigen Verein Trees of Memory e.V. gegründet. Und um es nochmals ganz deutlich zu sagen, ich bin weder Mitglied im Verein noch im Vorstand und dafür habe ich wichtige Gründe. Denn ich wollte unter anderem, dass ein Verein unabhängig von mir wachsen kann und sich so entwickelt, wie man das eben braucht. Wichtig ist mir nur, dass wir uns denselben Werten verpflichtet sehen und die Vision von Trees of Memory und der damit verbundenen Hilfe und Aufklärung als Leitkultur über allem steht. Wenn jeder von uns nur mit seinem Tunnelblick agiert, dann kann ich sein Anständiges erwachsen. Heute hat der Verein Mitglieder aus zwei Ländern und wächst kontinuierlich. Und die Vorstände Iris Pfister, Gunter Huhn und Mario Kelter leisten echt unglaubliche, supertolle Arbeit und gehen auch oft weit über ihre persönlichen Grenzen hinaus, um eben die Vereinsarbeit Schritt für Schritt dort zu positionieren, wo Aufklärung und Hilfe auch dringend benötigt wird. Zwischenzeitlich können in ganz Deutschland die ersten Anlaufstellen angeboten werden, an die sich Hinterbliebene nach einem Suizid wenden können. Sie bekommen dann einen Paten an die Seite gestellt, der ihnen durch die ersten Wochen und Monate hilft. Der Verein freut sich nicht nur über neue Mitglieder, sondern eben auch über Menschen, die eventuell Paten werden wollen und aus der eigenen Geschichte heraus helfen wollen und können. Wenn du so jemand bist, dann melde dich bitte. Dann setzt sich der Verein mit dir in Verbindung. Wir brauchen jede helfende Hand. Zusätzlich bietet der Verein, als auch ich, diverse Workshops und Vorträge an. So wollen wir an Schulen, an Polizeistationen oder unter den Ersthelfern eine neue Sensibilität etablieren, Wissen vermitteln oder an Schulen den Kindern darlegen, dass es keine Schande ist, wenn man mal psychologische Hilfe benötigt, weil ein blöder Liebeskummer so schlimm werden kann, dass man am Ende nicht mehr leben mag. Suizidprävention, also dort, wo vieles beginnt. Liebeskummer, Mobbing und und und. Ja, zudem präsentiert sich die Vereinsarbeit eben auch auf diversen Messen und in der Webseite und viel mehr. Ja, der Verein wächst Schritt für Schritt, so wie ich persönlich auch Schritt für Schritt wachse und mehr und mehr auf einer ganz anderen Ebene auch erwache. Und so unterstützen wir uns letztendlich gegenseitig mit dem Ziel für die Hinterbliebenen und die von Suizidalität Betroffenen, die Dunkelheit des Daseins in das Licht des Lebens zu verwandeln. Schritt für Schritt mit den Möglichkeiten, die jeder Einzelne für sich persönlich zulassen kann. Es gibt kein Du musst, sondern nur ein Du kannst. Nur eines ist zwingend notwendig. Du musst wollen können. Ich wollte leben. Ich wollte zurück in ein Leben. Ich wollte neu anfangen. Und ich wollte das schrecklichste Drama, das mir das Leben zugemutet hat, nutzen, um daraus einen Neuanfang für mich zu schaffen und andere in ähnlichen Situationen eine neue Perspektive aufzeichnen. Und deshalb freue ich mich, ab Dienstag, den 22. Juni mit Lauftag Nummer 303 wieder irgendwie ein ganz klein wenig Hoffnung machen zu können. Diesem Tag fieber ich seit Wochen und Monaten entgegen, zumal ich wegen Covid viel zu lange abwarten müssen. Du kannst mich jederzeit dabei begleiten und ich freue mich auch immer über Mitwanderer. Setz dich einfach mit mir direkt in Verbindung und dann können wir planen. Wenn du mehr Informationen brauchst, dann schau dir einfach mal meine Website www.treesofmemory.com an. Dort gibt es reichlich Hintergrundinformationen. Du erfährst, wie du einen Baum der Erinnerung bekommen kannst, was der Verein alles auf die Beine stellst und wie du Mitglied werden kannst oder wie du eben auch nur mit einem Euro im Monat dafür sorgen kannst, dass ich zwölf Monate am Stück für Trees of Memory laufen kann. So lange, bis die Welt umrundet ist. Und natürlich findest du auf der Website auch meine Laufroute. Und vielleicht bin ich ja gar nicht weit weg. Und dann komm doch einfach mal vorbei und sag Hallo. Und in diesem Sinne, bis morgen oder spätestens bis Dienstag. Ciao, ciao! Ciao!